Was ist ca. 2 Meter groß und kann nicht mehr Gift und Galle spucken? Rainer Winkler! Wenn ihr hier auftaucht, gibt es ein Blutbad! Erschaffen wir das neue Zeitalter für euch auf Erden. In Liebe, ganz engel Michael und alle Engel dieser Welt. Wo der Adler fliegt über Wälder, Flüsse und Seen, Deutscher Wonne Glanz wird nie vergehen. Deutschland lass nicht hinzu. Ich kann mir zum Beispiel an einem Regentag die Sonne vorstellen, obwohl sie nicht scheint. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass ich Ab und Gut hätte oder dass ich des Nachbars Frau hätte und Vieh hätte. Ja, ich kann mir alles mögliche vorstellen. Das heißt, der mentale Geist hat die Fähigkeit, dass ich mich lösen kann von dem, was wirklich ist. Und in dem Moment, wo ich mich aber mit dem mentalen Geist identifiziere, steht mir der mentale Geist mit seiner Vorstellungskraft im Wege und ich habe nicht mehr den Kontakt zu der Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Fernwes 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 Die Leute von der anderen und den Sprache, die ich in den Musik-Präsidenten und die Demokratie sind. Wir wissen auch, dass hier die Neonazis auf der Bühne stehen, bzw. hier rumlaufen. Ja. Das ist problem. Hi Leute und willkommen zu dieser Food Review. Das ist eine Käse-Geflügelrolle und das ist der Wahnsinn. Ich bin von diesem Ding so sehr überzeugt. Ich esse das schon seit Jahren, mindestens 2-3 Stück die Woche. Unglaublich geil. Gibt von mir eine absolute Empfehlung dafür. Und das war es auch schon wieder von dem Video. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Food Review Video. Lasst mal hören, wie ist denn die Stimmung? Zickelzage, zickelzage. Zickelzage, zickelzage. Hip, hip. Hip, hip. Sieg. Hip, hip. Ich versuch' Aus zu brechen Verlierst nun deine Hände Deinen Füßen Till den Kopf Alles was dich ausmacht Bei dir auf den Boden Ein Leben und Versuch Auschein Aus dein Vertrag Und nein, was er?